Gebesee ist eine Landstadt im Landkreis Sömerder in Thüringen. Gebesee ist Mitglied und Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Gera-Aiv. Die Stadt liegt im fruchtbaren Thüringer Becken, etwa 17 Kilometer nördlich von Erfurt. Geografie Nördlich von Gebesee mündet die Gera, die am Ostrand der Stadt entlang fließt, in die Unstrut. Gebesee liegt an der Bundesstraße 4. Nahe Gebesee verläuft die Bahnstrecke Erfurt-Nordhausen. Geschichte Gebesee hatte seit dem ausgehenden Mittelalter Rechte eines Fleckens und soll 1638 offiziell die Stadtrechte erhalten haben. Einen Nachweis dafür gibt es nicht, daher wurde Gebesee amtlicherseits weiterhin als Marktflecken oder Kurfürstel, Sächsisch-Schriftsässigdorf oder Adelich, Flecken bezeichnet. Trotzdem verfügt der Ort über eine ehemals befestigte Altstadt. Mit einer Fläche von rund 35 Hektar gehört sie sogar zu den größeren Altstädten in Thüringen, wobei der Raum innerhalb der Mauer nie vollständig und dicht bebaut wurde. Diese Charakteristik weisen auch einige benachbarte Städte im Thüringer Becken auf, wobei sie in Gebesee mit seinen breiten Straßen und deutlich unter 2000 Einwohnern in der Altstadt besonders stark zutage tritt. Gebesee war eine Ackerstadt ohne bedeutenden Handel, so dass die Altstadtbebauung erschlicht ist. Sehenswert sind die gotische Stadtkirche Sankt Laurentius, die romanische Katharinekirche und das aus zwei Gebäudekomplexen bestehende Schloss. Bereits um 731 soll der Missionar Bonifatius Gebesee besucht und auf dem nahegelegenen Klausberg eine Kapelle errichtet haben. Zu Beginn des 9. Jahrhunderts wurde Gebesee in einem Verzeichnis der Güter des von Erzbischof Lullus von Mainz gegründeten Klosters Hersfeld als Gebiese erwähnt. Im Jahr 1073 fand auf der Tretenburg ein Landtag statt, bei dem sich Sachsen und Thüringen zu einer Allianz gegen Heinrich IV. verbündeten. Die Tretenburg wurde auf Befehl des römisch-deutschen Königs Rudolf I. im Jahr 1290 zerstört. Am 24. Juni 1375 wurde das Schloss Bärenstein von Herzog Otto von Braunschweig belagert. Diese konnte durch Landgraf Balthasar von Thüringen beendet werden. Während der Belagerung wurde die Bonifatiuskirche in Brand gesteckt, in den folgenden Jahren aber wieder aufgebaut. Die ritterliche Familie von Gebesee, die mit Henrikus der Gebesee um das Jahr 900 erstmals urkundlich erwähnt wurde, entstammt dem Ort und hatte hier ihren Stammsitz. Der Klausberg ein Kilometer nördlich von Gebesee war Reisestation der deutschen Könige. Dort befand sich an strategisch günstiger Stelle eine Anlage aus dem 10. Jahrhundert. Bei archäologischen Untersuchungen des Areals fand man Siedlungsgeramik aus dem 10. und 11. Jahrhundert. Baureste deuten auf eine große Seilkirche, die wahrscheinlich die Königsbefestigung bis in das 13. Jahrhundert überlebte. Der Burgbereich wurde von steilhängendes Gera-Ufers und bogenförmigen Wellen begrenzt. Etwa vier Hektar umfassten die zwei Burgbereiche. Die ritterliche Familie war vielleicht für die Obhut des Inventars verantwortlich. 1502 erteilte Papst Alexander VI. Der Kirche seingt Laurentius einen Ablass, der auf Pergament geschrieben ist und heute im Stadtarchiv aufbewahrt wird. 1508 wurde Gebesee durch den Herzog Georg von Sachsen an das Kloster zu Pforten für 9000 Gulden verpfändet. Adam Graf von Beichlingen kaufte daraufhin 1518 Gebesee von Herzog Georg. Im Jahr 1532 wurde die Laurentiuskirche durch Steine der Kapelle auf dem Klausberg, die durch Bonifatius erbaut wurde, erweitert. Der erste lutherische Prediger war Nikolaus Erich aus Weißensee, welcher durch Bartholomius Friedrich Graf von Beichlingen im Jahr 1555 bestellt wurde. 1564 wurde Gebesee von der Pest heimgesucht und es starben 331 Einwohner daran. Am 10. Juni 1567 starb Graf Bartholomius Friedrich von Beichlingen ohne männliche Erben zu hinterlassen. Er wurde im Gewölbe der Laurentiuskirche beigesetzt. Die Laurentiuskirche erhielt im Jahr 1576 durch Henrikus Kamenius für 210 Gulden eine Orgel. Die Pest suchte Gebesee im Jahr 1597 erneut heim und es starben 316 Einwohner. 1602 wurde der Gottesacker der Laurentiuskirche vor die Mauer gelegt. Eine Mädchenschule wurde im Jahr 1605 eröffnet. Am 25. August 1616 kam es zu einem Vertrag zwischen der Allerheiligen Kirche in Erfurt und ihren hiesigen Konfiten. Der Vertrag beinhaltete, dass die Konfleiten ihr Konzinsen müssen und dieses in Gebeseehrschärfeln gemessen werden sollte. 1630 wurde die Kapelle auf dem Gottesacker fertiggestellt und durch den damaligen Pfarrer Magister Benjamin Dedekind eingeweiht. Am 4. März 1636 lagerte der kaiserliche Generalfeldmarschall Melchior von Hatzfeld auf dem Schloss Gebesee und blieb vier Tage. Dann zog er weiter zum Kurfürsten von Sachsen um die Schweden in Magdeburg zu belagern. Gebesee soll im Jahre 1638 Dekasekunden Stadtrecht erhalten haben, wurde aber amtlich bis in die zwei Hälfte des 19. Jahrhunderts als Dorf- oder Marktflecken bezeichnet. Statt eines Stadtgerichtes gab es im Ort lediglich ein adeliges Patrimonialgericht. Am 20. November 1641 lagerten der Erzherzog Leopold Wilhelm von Österreich und der kaiserliche Feldmarschall Piccolomini fünf Tage auf dem Schloss Gebesee. Beim Abmarsch gingen 20 Häuser in Flammen auf. Ebenso die Bonifatiuskirche. Diese wurde schwer beschädigt und durch eine Landeskolette im Jahr 1659 wieder aufgebaut. 1674 plünderten Truppen Metternichs mehrfach Gebesee, als sie in den Krieg gegen die Franzosen zogen. Zum dritten Mal hielt die Pest im Jahr 1682 Einzug in Gebesee. Von 1706 bis 1707 lagerten die Schweden in Gebesee. Dies kostete die Gemeinde 5551 Thaler und 17 Silbergroschen als Kontributionen. Bei einem Brand am 29. Dezember 1745 kam es zur Zerstörung von 100 Häusern mit sämtlichen Scheunen und Stellen. Gebesee war zunächst Sitz eines eigenen Amtes und gelangte nach Aussterben der Grafen von Beichlingen zum Kur-Sächsischen Amt Weißensee. Durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses kam Gebesee 1815 zu Preußen und wurde 1816 dem Kreis Weißensee im Regierungsbezirk Erfurt der Provinz Sachsen zugeteilt, zu dem er bis 1944 gehörte. Die letzten Besitzer des Schlosses und Gutes waren bis 1918 die Herren von den Brinken. Dann wurde das Schloss von der Stiftung Deutsche Land-Erziehungsheime übernommen. Nach dem Ersten Weltkrieg kaufte die Siedlungsgesellschaft Sachsenland Teile des Rittergutes in Gebesee. Zwischen dem Ort und Dachweg entstanden 18 Siedlerstellen mit je 40 bis 60 Morgenland, welche die Siedlung Gebesee bildeten. Die Siedlungswilligen stammten auch aus Gebieten im Osten, die durch den Versailler Vertrag 1919 Polen zugesprochen worden waren. Einer der aktivsten und erfolgreichsten Siedler war Rudolf Kunstpfarrer Sünn aus Bischleben, Naturwissenschaftler und Heimatforscher. Nach seinem Vorbild wurden in der Baumarmengegend Hecken, Gehölze und Obstplantagen angelegt. Es wurde Landschaftspflege betrieben. Während des Zweiten Weltkrieges mussten mehr als 75 Kriegsgefangene sowie Frauen und Männer aus der Sowjetunion, Frankreich und Polen Zwangsarbeit in der Landwirtschaft in Gebesee verrichten. Entwicklung der Einwohnerzahl Datenquelle Politik Die Kommunalwahlen seit 1994 führten zu folgenden Ergebnissen. Blasonierung Das Wappen wurde am 21. Dezember 1939 durch den Oberpräsidenten der Provinz Sachsen verliehen. Blasonierung Das Wappen wurde von dem Magdeburger Staatsarchivrat Otto Korn gestaltet. Partnerschaft Gebesee pflegt eine Partnerschaft zur Großgemeinde Hassloch in Rheinland-Pfalz. Kultur und Sehenswürdigkeiten Die Tretenburg ist eine stark verschliffene Wallanlage bei Gebesee. Der circa zwei Kilometer westlich des Zusammenflusses von Gera und Unstroth gelegene Hügel ist einer der denkwürdigsten Plätze der thüringischen Geschichte. Auf dem Klausberg bei Gebesee wurde einst Mitte des 10. J. eine mittelalterliche Siedlung mit Haupt- und Vorburg sowie einem umgebenden Wassergraben angelegt. Heute gehört die Fläche zum Forst. Hauptartikel Zu den erhalten gebliebenen Sehenswürdigkeiten des Ortes gehört das Schloss Gebesee. Es handelt sich dabei um eine Schlossanlage, die 1958 vermutlich aus politischen Gründen abgerissen wurde. Wirtschaft und Infrastruktur Gebesee bietet durch seine Lage im Thüringer Becken eine günstige Grundlage für die Landwirtschaft. Die Agrargenossenschaft nimmt dadurch einen wesentlichen wirtschaftlichen Anteil ein. Des Weiteren verfügt Gebesee über eine Etikettenfabrik und etliche kleine und mittelständische Unternehmen sowie viele Handelsunternehmen. In vielen Konsumbereichen ist Gebesee an Laufpunkt für Orte der Umgebung. Dies wird huar, auch durch ein Einkaufszentrum begünstigt. Der Bahnhof Ringleben Gebesee liegt an der Bahnstrecke Wollkramshausen-Erfurt. Hier hält stündlich der Regionalexpress von Nordhausen nach Erfurt. Die Landeshauptstadt ist in 17 Minuten zu erreichen. Gebesee ist durch die Bundesstraße 4 an das Fernstraßennetz der Bundesrepublik Deutschland angebunden. Hinzu kommen einige abzweigende Landstraßen. B. nach Ringleben und Schwerstedt. Die nächste Autobahn-Auffahrt befindet sich in Erfurt-Gisbarsleben auf die A71. Bahnanbindung Bahnhof Ringleben Gebesee, stündlicher Halt. Re 5 Nordhausen-Erfurt. Einzelne Züge. RB 45 Nordhausen-Erfurt. Busverbindungen. Linie 200 nach Sömer da über Wer A. Werningshausen, Henschleben, Straußfurt, Wundersleben, Tunzenhausen. Linie 200 nach Witter da über Andesleben, Walschleben, Elksleben. Linie 220 nach Erfurt über Ringleben, Hassleben, Ried Nordhausen-Nöder. Linie Ewag 111 nach Erfurt über Andesleben, Walschleben, Elksleben. Linie Ewag 111 nach Ringleben. Linie Ewag 112 nach Erfurt über Gebeseesiedlung, Dachweg-Döllstedt-Großfahner, Gierstedt-Kleinfahner, Witter da, Elksleben. Durch Gebesee führen der Gera-Radweg und obwohl nicht an diesem Fluss gelegen, der Unstrud-Radweg. Zwischen Gebesee und Ringleben sind beide Wege identisch. Ab Ringleben führt der Unstrud-Radweg weiter nach Hassleben, Werningshausen und Wundersleben, wo er tatsächlich wieder auf die Unstrud trifft. Schulen und Bildungseinrichtungen staatliche Grundschule Gebesee, staatliches Gymnasium Oskar Gründler, Bildungs- und Erziehungseinrichtung der Schloss Gebesee GmbH im Schloss Gebesee, Berufsschule Schloss Gebesee. Das Internatsschloss Gebesee war von 1923 bis zur Auflösung 1951 eine Hermann-Lietz-Schule. Heute wird es wieder als Reformschule geführt. Statt Bibliothek Gebesee Persönlichkeiten Nikolaus Weißbeck, Komponist Ferdinand Schmidt, Architekt, arbeitete als Vorsitzender für den Erfurter Spar- und Bauverein und entwarf viele bekannte repräsentative Geschäftshäuser in Erfurt. Stadtverordneter und Stadtrat Johanna Lütke, Leichtathletin und Olympia-Medaillengewinnerin Maria Erich, Schauspielerin Schauspielerin Schauspielerin